Leute ihr seht, heute bauen wir mal ein Eingangsportal. Wir schwitzen bei jedem Wetter. Für mich gibt es nur eine Ansage, 10.11.8. Alle kommen, Spaß haben, feiern, coole Mucke, kühles Herry, weil sonst sind wir echt sauer, dass wir jedes Wochenende bei der Hitze hier schwitzen müssen. Viel Spaß dann! Ist das schön plantig da drinnen! Wenn wir das nicht haben, dann können wir das mal wiederholen. Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? Es ist vollbracht, der Eingangsbereich steht. Ja Leute, ihr seht, anderes T-Shirt, zwei durchgeschwitzt, eins beim Gewitter durchnässt, eine kaputte Hose, aber der Eingangsbereich mit Kasse steht. Also, 10.11.8, geile Mucke, kühles Harry, nicht vergessen herzukommen. Ciao.